Wir sind HJS Automation International in Shenzhen, China. 15 Jahre Erfahrung in der industriellen Automatisierung. Das ist unsere Wellenlötmaschine. Titanklaue mit automatischer Reinigung. Touchscreen und Computersteuerung optional. Wir akzeptieren ÖHM-Bestellungen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösung. Wir freuen uns über Ihre Anfrage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 på Querétation. Untertitelung des ZDF, 2020